hallo leute herzlich willkommen aus standard gaming und heute schwimmen wir wieder wie ihr sehen könnt eine runde emergency hamburg als taxifahrer denn nicht als busfahrer sondern als taxifahrer übrigens es kommt auch am 18 november 2023 soll ja ein update von mich geben wo die map erweitert wird und auch autos reinkommen und noch irgendwie andere dinge ich weiß jetzt nicht ganz genau was da alles reinkommt ich könnte ja hier mal kurz ein bild einsetzen als ich es nicht vergesse dann seht ihr es jetzt als ich vergesse dann seht ihr es nicht auf jeden fall soll dann ein update rauskommen auf jeden fall anscheinend ein anderes ort teil und das sehen wir dann wir fahren auf jeden fall als taxifahrer jetzt erst mal los zur nächsten halbe stelle und auf jeden fall auch tanken und wir müssen uns natürlich auch an den regen halten das ist auch so was denn wir dürfen hier nichts falsches machen also schön immer das sehe ich ja halt so haben wir mal weiter raus und ihn links ab hier kommt nix so 5 km h zu schnell ist nicht so schlimm weil tatsächlich ja weil da auch das ist nicht so 70 oh was ist denn hier machen wir mal waren bilden kann dadurch ich glaube nicht dass hier ist eine feuerwehr anwesend ja wenn aber eben die feuerwehr gerufen mich jetzt hier irgendwie rum das ist doch kacke muss tatsächlich in die gegengesetzte richtung fahren um darüber so was durfte ich jetzt machen ich muss auf jeden fall tanken das ist wichtig weil er geht gleich der motor aus glaube wir fahren jetzt mal kurz geradeaus durch und fahren eben kurz tanken übrigens nach diesem video wird wahrscheinlich kein taxi video mal kommen weil es aktuell halt einfach ein update dafür gibt und auch keine neuen autos also das auto was ich jetzt gerade fahre ist das aktuell und deswegen kann ich kein neueres fahren vom lkw im job gab es ja auch ewig kein video mehr wenn wir da einfach nichts neues kommt das heißt kann im moment nicht viel neues an jobs gehen außer adhc weil da gab es wirklich noch gar keine also ich habe aber noch nicht alle autos eingeschaltet ich habe übrigens jetzt auch auf screen ein bisschen xp gefarmt so dass ich dann auch irgendwann das sind auch irgendwann ja ich das alles habe weil ich will auf jeden fall alle autos haben und dann auch im video zu jedem auto drehen ja polizei habe ich auch nicht alle ich habe eigentlich vorfahrt aber ich lasse jetzt mal fahren so eine 30er zu so okay na ja auf jeden fall das ist so mein plan zu machen irgendwie das ist schon wieder los und ist ein donor los irgendwie ja recht mal ab und dann halt mich immer an so wieder raus blinken und dann einmal recht werden sie mit dem grün damit ich hier rüber kommen kann ja so weiß nicht was dieser polizist da macht junge wie viele polizisten denn hier neun stück ja unmöglich irgendwas aus raum mal zu kriegen ja da haben wir doch mal weiter hier müssen wir auch gleich wieder sogar schon wieder zurückfahren ich bin gerade ein bisschen müde aber ich weiß nicht ob man es mehr so drehen wir hier einmal nach rechts und nach links kommt nix und fahren wieder weiter ich mache wenigstens noch so eine art rp es gibt ja viele die machen aber keine mehr dafür gibt es dann die rp server überlege auch ein rp server für diesen dieses spiel zu machen ich habe irgendwie bock das zu machen aber mal gucken tendenziell hätte ich da auf jeden fall gute dinge ihr wisst was ich meine so bei wofax habe ich könnte ich im prinzip machen ja ich kann hier bleibe stehen bleibt wieder mal da steht sogar jetzt auch unseren namen und gaming youtube mich witz über mich witz freuen wenn ihr ein like und ein abo da lasst und die glocke geht damit er keinen mehr verpasst würde mich auf jeden fall sehr freuen so die feuerwehr hat ja jemand nix umgeräumt sehe ich gerade hier los dann muss ich wieder mit warnblinker einmal so über brettern so ich habe absolut keinen bock da jetzt 100 jahre stehen zu bleiben und was ist hier passiert und ich war einfach noch weiter darauf man jetzt normalerweise nicht machen aber macht trotzdem so 50 fahren wir haben sogar jetzt auch ein bus was geil wäre wenn es so richtige taxen stellen geht es praktisch so was wie und nicht nur bus stellen also das ist jetzt nur bus fahrer stellen aber ich habe auch übrigens diesen bus oder der ist mega am lenken was wir doch mal fahren Junge. So. Fahren wir hier mal rechts rein, so. Wir dürfen mal 100 fahren. Gut, so. Müssen wir hier einmal drehen. So. Und wieder zurückfahren. So. So. Schau ich noch. Ups. Bin ein bisschen von der Straße abgekommen, aber passt. So. Fahren wir mal hier rechts rein. Perfekt. Nach hinten gucken. Und weiter geht's. So. Fahren wir hier mal wieder in den Kreisverkehr rein. So. Perfekt. So. Dann wieder nach links. Dann kommt nix. Und weiter geht's. Okay. Okay. Wissen. irgendwie ist ja immer noch was ich will aber sagen das war es jetzt erstmal mit dem arbeiten wir fahren wir jetzt zurück so ein bus unternehmen und werden diese schicht leute haben auf jeden fall 96 xp geschafft das ist geil so perfekt ist einfach irgendwie gut so hat es hier schon wieder dann gibt es auch stühle und tüche jeder bleibt auf seiner das eigentlich wie eine marken so effekt wir fahren mal hier kurz rechts rein um hier ein bisschen drehen effekt laufen wir mal hier rein und in unsere schicht so haben wir erst mal wieder zu uns nach hause so haben wir mal hier vor unsere garage jeden fall so wenn euch dieses kleine video gefallen hat das auch gerne like abo und unten kommentar da schaut also auch mein disco server vorbei des unten der video schon verlinkt aktiviert die glocke damit ihr kein video mehr verpasst ja schaut wie gesagt man sich selber bei und macht doch die drei mal voll ja einen traum auf dem tag haut rein das show